Hallo Freuden! Herzlich Willkommen zu einem Video von mir. Heute möchte ich ein Video machen, um Sie über mein Deutsch zu zeigen. Ich habe vor drei Monaten gesagt, dass ich flüssig Deutsch sprechen werde, aber leider, dass ich es bisher nicht kann. Deutsch ist ein schwieriger Spracher, aber ich versuche noch seit dem Tag als Lernen. Also, also, also sei ein bisschen lieber mich. Ich heiße, also bin 26 Tag, und ich komme aus Vietnam, genauso aus Luxem. Ich wohne seit acht Tagen in Hanoi. Meine Hardware sind Tanzen, Reisen, Musik hören, Sport machen und so weiter. Warum lerne ich Deutsch? Weil ich im Tourismus arbeite. Deshalb, deshalb möchte ich viele sprechen, wie möglich lernen. Das ist alles für heute. Das ist alles für heute. Ich hoffe, ich hoffe, das nächste Mal besser zu werden. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.